Jetzt geht's auf. Runter von der Haars Schaubank. Jetzt geht's los. Was muss ich jetzt machen? Ich gehe jetzt mal nach vorne. Da ist die bestimmte Stelle. Guck mal, die haben wir schon gesehen. Hier lang ist es. Guck mal, der hat gerade die Fuß. Du warst schon mitnehmen. Guck mal, der hat gerade die Fuß. Du warst schon mitnehmen. Guck mal, der hat gerade die Fuß. Guck mal. Ich war da schon angeklebt. So. Scheiße, bin ich uncool. Die eine Ente hat die andere gerade gehackt. Was? Kann das sein, dass wir viel zu wenig gekaukt haben? Das ist nicht so. Wie lecker die Brötchen. Du kannst dann immer wieder zweites für dich, weißt du? Ach so, ne? Machst du auch schon, ne? So. Ach so, sie tritt dann selbst. Ich dachte, sie sollten essen. Nee. Das ist schon gewundert. Das ist ja der große Ente hier. Oh. Alle Enten bei ihr. So. Und jetzt werde ich versuchen, mit Hilfe dieses Entenlockers, Entenlocker, hier, zu tröten und mal gucken, ob die Enten kommen. Oh. Oh. Passiert was? Nein. Sie sind etwas verwirrt. Dagegen kommst du nicht an? Wie? Dagegen deine Brötchen komm ich nicht an, oder was? Ja. Doch. Da kommen zwei. Da. Da sind die mit Uhren. Die hatte ich vorher bezahlt, die beiden. Das weiß natürlich keiner. Aber ich hatte sie bezahlt. Dafür, dass sie mir kommt. So, ich muss mal schnell wieder rüber, sonst isst Sarah die Brötchen auf. Wenn jetzt wohl bist du da. Hallo. Da hab ich immer noch nicht fallen. Dann wo ist das Mal sehr einbes近? Wenn der Bösebi belongs tiefer. Ab dem chirrischen culinarytitel der Faulich Programmuiler Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!